ja heute soll es also um die transienten analyse gehen ich rufe direkt mal pspice auf und zwar wollen wir uns anschauen an dem beispiel einer kondensatoraufladung also ich baue mal die schaltung auf ich nehme mir erst mal eine gleichspannungsquelle vdc die setze ich da mal rein dann brauchen wir einen widerstand der stadt er und dann brauchen wir einen kondensator c kann ich mit steuerung r kann ich den entsprechend drehen und dann kann ich die bauteile schon miteinander verbinden ein massepotenzial und dann ok das ganze mache ich mal ein bisschen größer so dann kann ich noch ein paar werte angeben ich nehme mal eine spannung von 10 volt und den widerstand spiel das sich mal auf einem kilo ohm und den kondensator rechnen kann nämlich mal ein milli fahrrad also ich nehme 1000 mikro fahrrad ok bei kondensatoren kommt es darauf an dass man die kondensatoren richtig einstellt das heißt er angibt mit welcher spannung die kondensatoren denn am anfang vor gespannt sein sollen das kann man einstellen indem man hier auf den kondensator klickt und dann hat man die möglichkeit die eigenschaften des kondensators zu definieren zum beispiel hier auch direkt unsere 1000 mikro fahrrad eingeben können ein wichtiger punkt ist aber auch da das feld ic initial condition also anfangs bedingungen und da müssen wir eine 0 angeben weil wir möchten dass der kondensator zu beginn entladen ist weil sonst könnten wir uns den ladevorgang nicht anschauen das liegt daran weil pspice normalerweise davon ausgeht dass alle bauelemente ihren beharrungszustand also den zustand einnehmen der nach langer zeit angenommen werden würde also den arbeitspunkt und der wäre bei diesem kondensator eben die spannung 10 volt der kondensator wäre also direkt aufgeladen und wir möchten uns ja den den ladevorgang anschauen das heißt wir müssen den kondensator zunächst einmal auf 0 volt einstellen und sehen dann letztendlich wie der kondensator aufgeladen wird ok nun zur transienten analyse wir müssten wieder ein simulations profil angeben ich nenne das mal kondensator und dann haben wir die möglichkeit hier den analysetyp einzugeben und das ist jetzt nicht wie beim letzten mal bias point sondern eben time domain transient das ist die transienten analyse ok wir müssen zunächst angeben run to time also wie lange soll die simulation eigentlich laufen wir gucken uns dazu die schaltung noch einmal an wir haben eine aufladung eines kondensators von 1000 mikrofahrrad also ein millifahrrad über einen widerstand mit dem widerstandswert 1 kilo ohm und man kann dort die ladezeit konstante bestimmen die kann man ausrechnen ein kilo ohm mal ein millifahrrad ist genau eine sekunde und man geht davon aus dass wir den sata ungefähr nach 5 tau aufgeladen ist also in diesem fall nach ungefähr fünf sekunden das heißt wenn wir uns hier die ersten sieben sekunden anschauen dann bekommen wir eigentlich ein ganz gutes ergebnis ich sage hier ok und kann direkt angeben was ich eigentlich sehen möchte dazu kann ich solche level marker setzen ich setze hier mal so ein marker hier oben an den kondensator und dann wird gleich bei der simulation auch direkt die spannung des kondensators angezeigt gut ich glaube ich habe nichts vergessen ich starte einmal die simulation wie direkt das probe fenster geöffnet und dann nach der kurzen rechnung wird jetzt die kondensatorspannung angezeigt und man sieht auch nach ungefähr fünf tau also fünf sekunden ist der kondensator entsprechend aufgeladen auch zum nächsten Mal